Und somit willkommen Freunde zum nächsten Teil von Immortals Fenyx Rising. Wir sind mit der Fenyx unterwegs und werden wieder fette Abenteuer erleben. Denn die Frau hat's drauf. So, dann gehen wir mal auf Fortsetzen. Schwimmunterricht drücke B im Unterwassertaugen, drücke A im Wasser wieder zurück zur Oberpflicht zu schwimmen. Ja. Ja. Was? Ich hab Ikaros nicht getötet, sondern Daedalos Fehlkonstruktion. Und wo ist Daedalos jetzt? Verstehe. Schweigen. Ich bin sicher, Fenyx findet es heraus. Irgendwann. Ja, ich finde das heraus. Ja. Achso, ich muss die Stimme verstellen. Ja, ich finde das heraus. So, nach oben geht's. Gucken wir mal, ob wir hier oben auch wirklich ankommen. Obwohl, das müsste eigentlich klappen, ne? Nee, dann müssen wir rüber. Nee, kletter doch mal rüber da. Müssen wir uns mal kurz ausruhen. Sonst bist du kaputt und dann ist kaputt und dann geht nichts mehr. So, da sind wir. Natürlich wieder die Kiste auftreten. Bam. Genau. Ach, die schönen Steine. Neue Ausrüstung haben wir bekommen. Die falsche Taste wieder. Man kennt ihn. Hm. Oh, will er die andere Taste nicht. Hallo? Ah, jetzt geht sie. Manchmal zickt das Joypad so ein bisschen. So, das haben wir gemacht. Dann haben wir hier die Äxte. Achso, man muss hier mal den Gegenstand den hier auch nochmal angucken. Das heißt, es ist so. Genau, welche haben wir denn jetzt an? Plus eins Gesundheitsfelder. Betäubungsdauer 40. Minus 10. Ja, ist das jetzt besser oder schlechter? Also minus 10 Ausdauer verbrauchte Zeit. Plus ein Ausdauerfeld. Nö, das ist die auf jeden Fall. Die Waben, glaube ich, besser. So, Fähigkeiten. Die wurden ja wieder aufgebessert, ne? In der Luft. Sperrt Luft-Kombo. Ach, hier kann man dann verbessern. Ah, alles klar. I see, I see. Okay. Immer rüber. Müssen wir auf jeden Fall. Da ist nichts Neues. Das haben wir schon alles. So, göttliche Kraft. Apollons. Stärke des Herakles. Und Apollons Pfeil. Neue LT und RB hatten wir ja noch gar nicht benutzt. Sondern das wir später noch benutzen müssen. So. Ist jetzt auch neu. Okay. Dann gehen wir mal... Sorry. Dann gehen wir mal zu unserem... Typen, den wir retten müssen. Ich dachte, du wolltest etwas vorbereiten. Ja, und zwar mich auf deine Rückkehr. Hast du die Flügel? Ja. Bitte. Nicht so gut wie neu, aber was ist das schon? Etwas Neues? Du hast den Krug, oder? Mach dich bereit, ihn zu öffnen. Was ist das? Oh. Du schwieriger Dien. Dachtest du, du könntest entkommen? Du hast dieses Ding da bestohlen? Wie gesagt, ich hab ein Problem. Erbärmlicher Lauf, Bursche. Du verdienst die Krone nicht, die man dir gab. Wir vernichten dich, Typhon. So wie damals. Wir? Es gibt kein wir. Schon lang nicht mehr. Phoenix, jetzt! Öffne deine Flügel! Es geht nicht! Jetzt hab ich dich! Du kannst dich nicht ewig verstanden! Alter, ja, ganz schön Power mit der... mit der Amphorie. Gut. Wir müssen uns in Sicherheit bringen. Wer war dieses Monster? Typhon. Nicht der Typhon. Oh, du hast ja keine Ahnung. Wir müssen zur Halle der Götter. Dort können wir reden. Bereit zum Fliegen? Das waren die Flügel von Daedalus. Der Daedalus. Der große Erfinder. Und? Sie haben nicht funktioniert. Sein Sohn ist gestorben. Na, das ist ja mal eine stahle Theorie. Erst hast du mich beklaut und nun rettest du mich. Wieso? Den Großteil der Prophezeiung dieses Orakels habe ich nicht mitbekommen. Aber wenn der Rest davon stimmt, dann bedeutet Kühn in die Höhe, dass nur du Typhon daran hindern kannst, die Welt neu zu erschaffen. Wir wissen nicht mal, ob es da um mich geht. Als jemand, der immer zu allen helfen will, solltest du vielleicht hin und wieder Selbsthilfe annehmen. Wovon redest du denn? Bei den Mäuren. Wie soll dir der geflügelte Bote denn helfen, wenn du ihn nicht lässt? Der geflügelte Bote? Moment mal. Geflügelter Bote? Oh nein! Du bist... Hermes! Ich liebe Halbwahrheiten, Streichel und lange Spaziergänge am Strand. Können wir jetzt bitte los? Die anderen Götter brauchen unsere Hilfe. Andere Götter? Soll das heißen, all die Geschichten sind wahr? Irgendwas stimmt nicht mit deinem Gesicht. Dir fällt dauernd die Kinnlade runter. Und jetzt fliegt zur Goldinsel. Wir treffen uns in der Halle der Götter. Ich erwarte dich dort. Mit diesen Worten verschwand Hermes. Phoenix blickte über das schmale Band der See, hinter dem sich die Berge und Täler der Goldinsel abzeichneten. Der lange und steinige Weg zu ihrem wahren Schicksal lag vor ihr. Warte, das war nur der Prolog? Wie kann es so lange dauern, eine Geschichte anzufangen? Ja, das war nur der Prolog. Sie wird gleich springen. Sei still und hör zu. Springen und B ist gleiten. Hurra. Naja, es war Typhon, der da hinten ist und nicht Gott sei Dank der Siphon. So. Nicht schlecht, nicht schlecht. Aber leider können wir mit den Flügel nicht schlagen. Das heißt, wir können auch gleiten. Okay, aber ist auch nicht schlecht. Teil des ewigen Frühlings. Oh, sieht auch freundlich aus. Na, sie landet automatisch. Schon mal eine Sorge gehabt, so. Ne, ja, mal ein bisschen rüberjagen. Natürlich das Hauptziel verfolgen. Alter, mal krass. Langer Prolog, muss ich sagen. Mann, Mann, Mann. Hört, da war was zum Aufnehmen. Steine, ne, die brauchen wir nicht. Ist ja kein Steinbeißer. So ein bisschen, äh, auch mit ihren Fähigkeiten, was von Batman, finde ich. Nein, hier sind überall Kräuter und Pflanzen. Sammeln wir die mal ein hier. Glück, Glück. Oh, hallo, kleiner Balou, der Bär. Ja, X nicht vergisst zum Ausweichen. Hey. Der tut hier so gerade, als hätte ich seinen geklauten Honig gefressen. Mann, Mann, Mann. Ja. Weil es so schön ist, sammeln wir erstmal ein paar Blümchen hier. Und Pilze natürlich, ganz klar. Ich hätte nämlich keine mehr. Aber alle aufgefuttert. So. Schön Gerbera. Rein. Jetzt die Frage, geht's hier lang? Ja. Sieht gut aus. Von den Pilzen könnt ihr noch ein paar mehr gebrauchen. Da müssen wir noch mehr pflücken. Ah, da kommen schon die nächsten. Schon welche erspäht. Haben sich zwar vor mir versteckt, aber... Oh. Das ist wirklich das Tal des Frühlings hier. Das sieht hier aber richtig schick aus. Oh, die schöne Sonne. Kriegt man eine richtige Sehnsucht in den Frühling hinein. So könnte man es ja auch mal machen. Ach, noch mehr Beeren. Da es kein Beerenfleisch gibt, irgendwie so, dass ich da nicht der futtern kann. Okay, der eine hat sich schon wieder erledigt. So, mal schön ausweichen. Ja, ausweichen. Zack, zack, ausweichen. Und wieder... Zack, zack. Und ausweichen. Zack, zack, ausweichen. Zack, zack, ausweichen. Ah, das ist das Gute. Sie ist halt unheimlich flink. Oh, das ist aber echt ein Riesenkräutergarten hier. So. Aber besonders schnell ist das nicht mit dem Fliegen hier. Aber es ist jetzt nicht so, dass man da schnell unterwegs ist oder so. Kannst du wirklich nur machen, wenn du irgendwelche Distanzen überbrücken möchtest. Dann ist das in Ordnung. Aber so... Das Laufen ist auf jeden Fall schneller. So, jetzt... ...haben wir eben gesehen, dass die Meteranzahl steigt. Das heißt... Guck mal, wo sinkt sie denn? Die Richtung. Ah, gib her, was du hast hier. Der Garten Eden. Okay, einmal rumlaufen. Jawoll. Jawoll. den haben wir auch da kommt ja luftkampf ist schon wichtig gerade wenn ich so eine vögel ergreifen so komischerweise wird jetzt die anzahl das muss da oben wo irgendwie sein sagen die anzahl der schritte wird immer ein bisschen höher also jetzt hier hochkletter müssen ja ich runtergehen sehr gut ich fleißig am klettern das macht schon richtig spaß weil das so das gibt kennt keine grenzen kannst du sagen dass du kommst überall hin das ist echt top 150 meter free climbing jetzt mal ein bisschen aufpassen kraft erstmal erholen sonst mal ein problem ja die es ist gar nicht so schlecht mit dem doppelsprung die ersten paar meter zu überbrücken also mal gucken wir müssen glaube ich gleich mal ein pilz weg snacken ja das ist nämlich die kraft weg so 106 meter da sind wir in der sackkasse das war wenigstens ein bisschen was sie überbrücken scheiße das war ich glaube wir muss da verklettert wahrscheinlich noch weiter links rüber dann a ist abspringen und fallen b ist fallen lassen da sind wir das erste mal gestorben das habe ich ja noch gar nicht geschafft wir wären fast rum gewesen aber irgendwie hat dann die kraft gefehlt weil wir uns verklettert haben müssen wir aufpassen dass wir hier ja wir nehmen die route jetzt noch mal war gar nicht so schlecht schade dass wir nicht richtig fliegen können so dann würde ich aber sagen immer die hier die wand so und jetzt muss noch ein bisschen strategisch vorgehen das funktioniert auch also hier können wir auch lang vorhin bin ich einfach drauf losgeklettert dass man misst hast du dann irgendwelche felsführerspringe über dem kopf das hat keinen sinn okay so hier bin ich irgendwie hoch geklettert und wir klettern jetzt mal hier hoch müsste eigentlich klappen von energie her das wird schon ein bisschen knapper pilz jetzt haben wir die weg gesnackt aber es macht nichts müssen wir es auf jeden fall schaffen wenn wir oben angekommen sind erholt sich die energie gott sei dank wieder oh aber noch einen nee na das wird knapp ganz knapp oh das war über knapp mega knapp so und jetzt müssen wir genau gucken wo wir hin müssen ja klettern lieber hoch ich dachte eigentlich dass wir da besser rüber können so die richtung können war wir müssen ja irgendwie so klettern dass wir einen felsvorsprung haben uns dann mal zwischendurch ausruhen können weil alles andere macht glaube ich keinen sinn die wand ist zu steil glaube ich das würde einer die technisch irgendwie nicht passen wir können es mal probieren aber ist das eigentlich wenn wir jetzt stehen bleiben hier ja dann bleibt auch die kraft stehen also sie erholt sich dann nicht oh shit ich glaube das wird nichts was mach ich mit dem trank der wird gar nicht genommen ah hier sind pilze alles klar wow super so jetzt können wir hier hoch das ist echt eine geile landschaft wahnsinn klettern wir hier ruhig hoch naja dann haben wir ja zur not wenn irgendwas nicht reicht nochmal ein pilz um ein bisschen was nach oben irgendwie äh zu pushen unsere blaue energie ich weiß gar nicht was das genau ist ich glaube das ist luft kraft weil im wasser ist es dasselbe das nämlich dann auch blau und so also alles was mit kraftanstrengung zu tun hat ist ein blauer so 42 meter 48 47 wir sind auf jeden fall auf dem richtigen weg soll natürlich hier nicht im wasser planschen noch mehr pilze so jetzt sind wir hier der anblick der großen halle verschlug phoenix den atem ist aber wirklich ein fettes teil ne okay ist jetzt ein bisschen kaputt aber schon geil schick aus ja ganz nett könnte mal renoviert werden die sache mit den säulen ist etwas altbacken also sind wir hier sicher weißt du noch was ich tüfonen gestohlen habe es war ein kleines stück seines auges damit dieser ort vor seinen fürchterlichen blicken verborgen bleibt gern geschehen du sagtest das wäre die halle der götter nun wo sind sie dann alle ich fange mal ganz von vorne an mit der hand auf phoenix schulter erzählte hermes die geschichte von tüfon dem göttervernichter tüfon sohn der gaia war ein furchtbares ungeheuer dass die titanen befreien und die götter vernichten wollte er kämpfte mit zeus um die vorherrschaft über den kosmos zum glück wurde und wie er das wurde unter einem berg begraben wo er kein unheil mehr anrichten konnte wenn ich nur immer noch so gut in fern wäre viele jahrtausende saß tüfon dort fest bis helios sich verfinsterte und brennende sterne vom himmel fielen die sterne schmolzen tüfons ketten denn einer explosion aus feuer und rauch bars tüfon aus dem berg hervor die götter haben ihnen unrecht angetan oh nie wieder die feld wird gesäumert die götter werden müssen und so dürstete tüfon nach rache zerstöre den vorhang dieses heilige land von der unterwelt trennt lasst dort aus unter den göttern wandeln zertrandelt vertiegt und zermalmt die frischen götter zu schmolzen alter schwede der hat ja aber richtig aufgeräumt schminkt eure waffen und stellt euch mir ihr habt meine macht unterschätzt und euch in eurem hochmut gesompt beugt euch meiner unerreichten vollkommenheit manche götter flohen manche blieben und kämpften viele wurden gefangen Typhon riss sie entzwei er stahl ihnen ihre Essenz und verwandelte sie unwiederbringlich in einem letzten verzweifelten versuch ihr land zu retten riefen die götter die alten helden die letzten krieger in deren venen noch ein mindest maß an göttlichem blut zu finden war schwach und selbst verliebt eure helden werden nur noch ein schatten ihrer selbst sein und wir bis in alle ewigkeit dienen hat er aber ganz schön macht gesammelt und die helden ebenso doch als alle hoffnung verloren schien tauchte fenix auf also ja es wurde ordentlich gekämpft und verloren und jetzt bist du unsere einzige hoffnung den alten glanz wieder herzustellen und die welt vor dem chaos zu bewahren wir haben nur noch dich fenix aber keinen druck ich hab den überblick verloren wer wer ist bist du das mit der stachelfrisur oder typhon oh der spielt da mit seinem püppchen man 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 ach vergiss es die besiegten götter müssen mit ihren essenzen wieder vereint werden damit sie zu alter stärke finden und dann müsst ihr gemeinsam typhon bezwingen ach machen wir mal so nebenbei man zum samstag vormittag das klingt gar nicht so leicht ich wünschte mein bruder wäre hier gut hör mal ich bin nicht perfekt ja ich meine ich war's der pandora zur erde gebracht hat um zeus willen aber vielleicht nur vielleicht bist du die rechte heldin zur rechten zeit und ehrlich gesagt bist du auch die einzige die noch da ist alle anderen wurden schon besiegt toll viel glück ich werde hier warten und nichts tun ich meine natürlich alles vorbereiten dann danke du machst wieder dieses gesicht na schön am besten fängst du damit an die anderen statuen auf der goldinsel zu erklimmen um die verschwundenen götter zu finden sie sollten dir sagen können wo ihre gestohlenen essen sind allerdings waren sie in letzter zeit nicht sie selbst also bin ich nicht ganz sicher ähm und was heißt das jetzt das wirst du schon sehen das ist ja immer mit seinem puppenspiel der kein wundert dass wir ihn retten mussten ich denke nach was würde mein bruder tun Ligyron würde es vermutlich ganz allein mit Typhon aufnehmen wie damals als er die gesamte spartanische flotte besiegt hat dem mach ich was vor das ist zu viel für mich so Phoenix genau und ich als deinem Bruder sage jetzt du musst langsam mal ins Bett und zwar ins Speicherbett wir werden jetzt hier mal abspeichern und dann ja bedanke ich mich erstmal für eure Aufmerksamkeit wir machen jetzt an dieser Stelle erstmal Schluss lasst mal ein Abo da kommentiert liked nicht vergessen und dann sehen wir uns auf jeden Fall in eines der nächsten Videos bedanke mich für eure Aufmerksamkeit bis dahin bis dahin